Hallo, ich bin Philipp Haas von InvestorDeutschTV und es gibt einen positiven Anlass, warum ich hier wirklich ein sehr langes Spezialvideo zu meinem Wikifolio Nebenwerte Europa mache. Einerseits, wir haben die Woche 5 Millionen Assets under Management geknackt, darüber freue ich mich wirklich, weil das für mich so eine magische Summe würde ich sagen, ab da lohnt es sich auch. Klar, bei mir sind die Gebühren relativ niedrig, aber trotzdem bei 5 Millionen ist das schon eine gewisse Relevanz, gerade im Nebenwertebereich gibt es sogar Fonds, die sind kleiner. Und ich weiß jetzt nicht, wann ihr das Video schaut, aber als ich das Video jetzt mache, bin ich auf Platz 1 auch im Ranking, das heißt, diese Mischung aus guter Rendite bei wirklich überschaubarem Risiko zahlt sich auch im Ranking aus. Und deswegen habe ich gedacht, weil das eine Video kam ja schon mal ganz gut an zum Wikifolio Venture Capital Strategies, wo ich alle Positionen mal kurz erklärt habe, dass ich das jetzt zu meinem anderen großen Wikifolio Nebenwerte Europa mache. Also lehnt euch zurück, holt euch vielleicht ein Wasser, einen Kaffee oder einen Tee und ich werde hier mal durchgehen, warum ich da investiert bin. Ansonsten vielleicht auch über die Strategie nochmal das Video zu der Strategie Nebenwerte Europa schauen, da wird es nochmal erklärt, wie ich handle. Hier sind so die Aktien drin, vielleicht kann man die ein oder andere Idee mitnehmen oder worüber ich mich natürlich besonders freuen würde, auch das Wikifolio kaufen, weil es wirklich sehr diversifiziert ist und da braucht ihr schon ein großes Depot und ich bin, um das nachzumachen. Und wie gesagt, das ist hier jetzt kein ETF, sondern es wird aktiv gehandelt. Fangen wir ganz unten an und die größten Positionen kommen dann gegen Ende. Start jetzt mal das Handy und dann könnt ihr das mitsehen, über welche Aktien ich rede und wie das bisher schon aufgegangen ist. Und bevor es jetzt losgeht, wirklich noch ganz klarer Risikohinweis, ich bin natürlich in allen diesen Firmen investiert, weil ich das Wikifolio selber kaufe und teilweise auch privater Positionen habe. Das ist alles keine Empfehlung, macht euer eigenes Research, aber ich möchte hier einfach transparent darlegen, welche Aktien dort im Wikifolio drin sind und warum. Aber das muss dann jeder selber wissen, ob er das interessant findet oder nicht und wie gesagt, Research selber machen. So, die erste Aktie wäre Schloss Wachenheim. Die machen so alkoholische Getränke, nichts Besonderes, aber in der Krise trinken die Leute viel. Supermärkte sind auch weiterhin offen, Aktie ist nicht so teuer, haben ein paar No-Brands, brauchen ein paar Marken. Steiger schon sehr, sehr lange, das ist ein Dämmspezialist. Ihr seht hier, ich bin in dem neuen Haus, das Dach wird noch komplett neu, da wird zumindest aufgesetzt, aber sonst sind wir schon relativ weit vorne. Und solche Sachen machen die aus Holz nachwachsenden Rohstoffen. Daltrup und Söhne, das ist ein Spezialist für Tiefbohrungen. Die waren mal so als Geothermie-Play interessant. Inzwischen machen sie auch Bohrungen auf der Suche nach Endlagern für Atommüll. Haben viele Sachen nicht funktioniert. Also sie wollten dann so ein Geothermie-Kraftwerk-Betreiber werden. Das hat nicht funktioniert. Jetzt konzentrieren sie sich wieder auf Bohrungen. Ist ein Servicegeschäft, aber Aktie ist auch sehr klein. Sino AG hätte ich gerne damals eine größere Position gekauft. Habe ich in meinem privaten Wachstumstempo ein bisschen mehr gemacht. Der Spread war einfach sehr, sehr hoch bei Wikifolio. Die profitieren davon stark, dass Trade Republic so gut geht. Trade Republic ist ja wirklich dieser gute Online-Mobile-Broker, wo man für 1 Euro Aktien kaufen kann. Ich finde hier auch einen Link in der Beschreibung. Empfehle ich wirklich, gerade wenn man anfängt. Weil es ist wirklich von dem Design her sehr gut gemacht und günstig. West Wing, jetzt wo wir ein Haus ein bisschen einrichten, merkt man, es ist schon gut gemacht vom Design. Qualität ist auch jetzt nicht alles super. Aber gerade bei Möbeln ist Amazon auch nicht so stark. Das wollen die auch nicht so. Und wenn man ein bisschen Wert auf Design legt, merkt man auch, mir ist zum ersten Mal aufgefallen, dass auch die Amazon-Webseite mit den verschiedenen Fotos auch jetzt nicht immer das allerbeste ist. Umt, das ist eine Mini-Position, wo ich mal beobachte. Ich vertraue denen auch nicht ganz, aber wenn die Zahlen stimmen, ist es sehr günstig. Die so vom Mobile Payment profitieren sollen, haben dann eine Lizenzpartnerschaft mit Payback Pay. Muss man mal schauen. Guidance ist ganz aggressiv. Aber das sind so Positionen, wenn es nicht hinhaut, ist es sehr überschaubar. Und sonst ist man halt mal dabei, wenn es nach oben geht und kauft vielleicht dann mehr. M-Wise ist eine IT-Beratungsfirma, ist aber eher interessant, weil die auch ein eigenes Produkt haben, was bisher noch nicht so läuft. Aber wenn es mal läuft, dann kann es locker ein Vielfaches der aktuellen Marktkriminalisierung wert sein. Ähnlich ist es auch bei Max 21 auch ein interessantes Produkt zum Postdruck. Fevertree ist eine Aktie, die ich, glaube ich, während Corona-Crash gekauft habe. War immer sehr teuer. Ist eine Marke für so Tonics. Und ich trinke auch mal ganz gerne Gin Tonic und trinke ich selber. Und die sind eigentlich ganz gut positioniert. Denn wenn man irgendwann, die Leute kaufen ja immer teure Gins. Und man dann das billige Tonic Water, das kommt dann auch nicht immer so gut an. Global Fashion Group, habe ich auch mal ein Video zu gemacht. Die haben viele so Zalandos außerhalb von Europa. In Russland, glaube ich. In Australien, Lateinamerika. Und profitieren natürlich auch von der aktuellen Situation. Genauso wie Shop-Apotheke. Nachhinein könnte man natürlich immer sagen, noch eine größere Position. Ich fand es nie so günstig so davor. Jetzt ist es wirklich auch überteuert. Aber profitieren natürlich massiv. Leute sind zu Hause, brauchen Medikamente, weil sie denken, geht es schlecht. Und bestellen sich nach Hause. Allerdings halt die Frage, Amazon kommt jetzt in den Markt. Wie sie sich da so behaupten werden. Boost, habe ich auch in den Schweden-Aktien vorgestellt. Das Zalando von Schweden war mal sehr günstig während der Krise. Und profitiert halt eigentlich aktuell auch massiv. Vitroläufer hat ein spannendes Geschäftsmodell. Die sind eigentlich so der Pure Play auf künstliche Befruchtung. Ja, die Leute kriegen ja immer später Kinder. Frauen machen Karriere. Und da bieten die viele Produkte an. Und wenn man das abdecken möchte. Und es ist, glaube ich, auch ein Wachstumsmarkt. Vor allem in den westlichen Gesellschaften wird es auch immer ein Problem, dass gerade Akademiker weniger Kinder bekommen. Könnte ich mir mal vorstellen, ist da mehr staatliche Förderung. Gibt es auch die gesetzlichen Krankenversicherungen. So Sachen mehr übernehmen. Das wird, glaube ich, noch mehr kommen. Ist teuer, deswegen kleine Positionen. SEB, die haben WMF gekauft. Und ich bin ja ein Riesenfan von WMF oder so deutschen Qualitätsprodukten. Die Leute kamen auch runter, aber jetzt auch in der Krise. Leute kochen viel, so Pfannen, aber auch Kaffeeautomaten. Highlight.com, das ist so ein Medienkonzern. Da gab es lange Zeit ganz viel so Shareholder-Streitigkeiten. Könnte jetzt beigelegt sein. Profitieren ja eigentlich, dass die Leute viel Medien konsumieren. Dass es ein, sag ich mal, Streaming-Wars gibt. Und haben auch viel Rechte mit der FIFA-WM. Ist so eine Sondersituation. Die MIG AG, war ja auch eine wirklich üble Aktie. Viele Jahre lang, jetzt hat sich da einiges gebessert. Die haben so einen Anbieter von solchen Self-Terminals übernommen. Da wird es noch viele Kapitalerhöhungen geben. Aber per se finde ich das ganz spannend. Pyramid oder so heißen die. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn man bei McDonalds einkauft. Da gibt es jetzt diese Bildschirme, wo man seine Bestellung eingeben kann. Finde ich super. Man muss sich nicht mehr in die Schlange stellen. Kann irgendwas anderes machen. Und kann sich in Ruhe überlegen, was ich jetzt irgendwie will. Also das hat wirklich einen doppelten Benefit. Werden wir auch noch in weiteren Bereichen, denke ich, sehen. Dr. Hoene, so ein Technologieunternehmen, haben zum Beispiel so UV-Behandlungen. Was auch in Corona wichtig ist. Und auch noch Wasser. Zur Plus. Tiernahrung versandt. Ist halt auch die Frage, wie stark es gegen Amazon sich da behaupten kann. Aber sie sind in Europa wirklich groß als Marktführer und schon lange am Markt. Wip Vermögen. Eine meiner Immobilienaktien. Eine der günstigsten. Die haben viele Logistik- und Immobilien. Aber auch so Handelsimmobilien, die von der Krise aktuell nicht betroffen sind. Und noch einen guten Yield, also Zins bekommen. UIT ist so eine sehr günstige Sondersituation. Muss man mal abwarten. Müste ich mich auch noch mal mehr damit beschäftigen. Aber das ist so, das finde ich erstmal interessant. Kaufe ich mal eine Mini-Position. Und wer hat dann auch mal ab? Tick Trading. Das gehört zu diesem ganzen Konstrukt Sino, Lang und Schwarz. Die von diesem mehr Handelsvolumen profitieren. Haben da seine eigene Software, die sie auch lizenzieren. Und je mehr Daytrader und solche Sachen es gibt, desto besser. Menschen und Maschine ist so ein CAD-Design-Anbieter. Also wenn die Leute irgendwelche Sachen bauen oder designen. Weiß, Aktie ist viel zu teuer. Aber nach dem Q5A-Modell bin ich ja auch bei sehr guten Aktien, die zu teuer sind, immer mit einer kleinen Position dabei. ABC-Arbitrage ist so ein bisschen was wie Flow-Traders. Eigentlich so eine Art Hedgefonds-Strategie. Die davon profitieren, wenn es viele Schwankungen gibt. Aber auch sonst irgendwie so Arbitrage-Trading-Strategien haben. Ist sehr defensiv. Jetzt kein Zennbäcker, aber das soll sich auch beruhigen. Leonardo war ja auch mal auf der Ideenliste. Bin ich mal wieder, deshalb, wenn die EU wieder mehr in die Verteidigung investieren muss, kann man so überlegen. Habt auch mit rausgenommen teilweise, weil viele Leute natürlich Rüstung nicht so toll finden. Ich finde es aber eigentlich so von der Absicherung ganz gut. Sixt, auch eigentlich meine Lieblingsaktien. Sie leiden halt kurzfristig massiv unter dieser Krise. Geschäftskunden reisen nicht mehr, auch Privatpersonen nicht mehr. Das ist schon sehr, sehr übel. Langfristig kann man natürlich den Case aufmachen. Konkurrenz wird verschwinden. Sie werden sicherlich eher überleben mit der Marke und auch dem, sag ich mal, deutschen Staat oder den guten Beziehungen dahinter. Und sie haben natürlich auch schöne neue Modelle. Zum Beispiel, was ich auch interessant finde, gibt es irgendein Startup, was sehr toll bewertet ist, aber sie haben den gleichen Service, dass ich jetzt nicht mehr ein Auto ließe, sondern eigentlich komplett miete. Das ist, glaube ich, schon, was die jungen Generation möchte, wenn man sagt, okay, ich will jetzt für ein halbes Jahr ein Auto haben, aber mich nicht um Anmeldungen kümmern, um Versicherungen, um Winterreifen, sondern ich miete einfach, zahle relativ viel, aber ich muss mich um nichts weiteres kümmern. Finde ich auch spannend. Und natürlich ganz gut, weil sie gerade ihre Autos nicht vermieten können, sowas dann zu machen. Seal Network, das ist so der Anbieter von Lotto-Spielen. Ja, gab es ja auch zwei verschiedene. Ist ja oft so, in der Krise, wenn die Leute Hoffnung verlieren, dann spielen sie mehr Lotto und auch jetzt natürlich mehr online. Ich gehe nicht mehr in den Laden. Eigentlich auch ganz ideal dafür. GFT Technologies, das ist ein Beratungsunternehmen, vor allem für Banken, machen auch ein bisschen was im Blockchain-Bereich und die Banken müssen auch was tun. Aktie wäre mal deutlich teurer. Es ist halt immer die Frage, wie groß dann die Budgets sind. Eckert und Ziegler ist ein Anbieter von Nuklearmedizin und haben da auch so eine neue Technologie, was eine bestehende wirklich in Krankenhäusern ersetzen könnte, deutlich günstiger sein kann. Click Digital ist eine Firma, die davon profitiert, dass die Leute zu Hause sind, sie haben so Mobile Gaming und Mobile Entertainment, eher so Low Quality, aber funktioniert da auch und Aktie wäre auch nicht so teuer. Formicon ist ein Hersteller von Biosimularen. Das ist sowas wie Generika, nur für Biotech. Aktie ist jetzt stark gestartet, weil, glaube ich, gab Nachrichten, dass wir irgendwas mit noch Corona-Impfstoff oder sowas machen. Thule Group habe ich auch mal unter 10 Aktien aus meinem Leben vorgestellt. Ist jetzt relativ teuer, aber die machen ja diese Gepäckträger fürs Auto und wir haben es für Fahrradanhänger. Wirklich super Qualität. Scherzer ist ein deutscher Nebenwertespezialist. Die investieren auch in andere Nebenwerte. Deswegen bin ich da aber nicht investiert. Das kann ich selber, wie ihr seht, aber sie machen solche Spruchverfahren und das sind so Sondersituationen, wo man dann manchmal sehr viel Geld zurückbekommen kann. Ein Bereich, wo ich mich jetzt nicht so auskenne und das zum Beispiel, wenn ich mich nicht so auskenne, dann kaufe ich auch das andere zum Beispiel gerne. Fabersoft, auch ein sehr guter deutscher Softwareanbieter, müssen auch viele öffentliche Stellen nutzen, wächst sehr, sehr stark, leider natürlich auch wieder teuer. Softing ist ein bisschen günstiger, der ist so ein Industrie-4.0-Anbieter. Da gibt es jetzt auch so eine Umstellung und sie haben da, glaube ich, so ein Produkt, was da genutzt werden kann. Ist ein bisschen so eine Wundertüte. Ist in vielen Bereichen dabei. Könnte auch mal entdeckt werden. DocCheck, bin ich schon sehr lange dabei. Das ist eine sehr komische Firma, die empfiehlt Gold, aber ist auch ein führendes Netzwerk von Ärzten, wo sich Ärzte digital austauschen können und das ist natürlich auch für Pharmafirmen interessant, dass ich so digital an Ärzte rankomme. Das ist, glaube ich, so eine Firma, ein bisschen under-managed. Da hätten wir viel mehr rausholen können. Also amerikanische Wettbewerber sind da wahnsinnig viel mehr wert. Aber der Markt per se ist interessant. Frequentes, die managen solche Leads, sag ich mal, die Frequenzen bei Flughäfen, ist natürlich jetzt aktuell nicht so gefragt, aber das ist natürlich trotzdem läuft ja stabil weiter. Und wenn wir irgendwann mal viele Drohnen oder sowas haben, haben sie da auch eine Lösung. Da ist so die Fantasie dahinter. Bei Evo Traffic, die managen so Züge und öffentlichen Nahverkehr. Kann man sagen, das ist halt so eine grüne Aktie. Ich glaube, Daimler ist da auch investiert. Und so Telematik wird natürlich auch wichtig, wie man diese ganzen Mobilitätsströme besser aufteilt. Zu Compleo Charging Solutions habe ich auch ein Video zu gemacht. Das ist ein Anbieter von so Ladesäulen. Sehr teuer, aber passt natürlich gerade auch in den Zeitgeist. Und ich sage mal, das Investment ging ja auch auf. GKs Software war lange eine Sondersituation, wo SAP, glaube ich, beteiligt war. Haben viele auf einer SAP-Übernahme spekuliert. Die sind ein führender Anbieter für Software für den Einzelhandel. Und der Einzelhandel muss ja jetzt auch was tun. Der muss in den Omnichannel reingehen. Das heißt, dass digital und offline verzahnt wird. Und da haben sie viele Softwareangebote, aber auch Analysen. Sie schauen, wer sind überhaupt meine Kunden? Wie reagieren die? Also Sachen, die ich jetzt aus der Online-Welt wirklich kenne. Dass man irgendwie weiß, wie lange Leute auf einer Webseite oder so bleiben. Das hat der Einzelhandel ja gar nicht. FCR-Mobil habe ich ja ein Video auch gemacht mit dem Falk Raudis. Fand ich ganz interessant. Vor allem mit dieser IT-Komponente. Ist zum Beispiel jetzt auch eine Beobachtungsposition. Ich finde es nicht so teuer. Könnte ich auch mal ausbauen. Caps Traffic. Das ist zum Beispiel so, kam extrem runter. Ist eigentlich aber auch eine spannende Firma im Bereich Telematik. Und wenn der deutsche Staat doch zahlen müsste bei der Autobahn-Maut, die nicht kommt, dann würde allein die Strafe, glaube ich, die Marktkapitalisierung schon abdecken. Das ist also nicht drin. Und das ist so ein asymmetrischer Trade. Home24, ähnlich wie Westwing. Ich finde eigentlich Westwing ein bisschen besser, ist ein Anbieter von Möbeln online. Aber Westwing ist ja mehr so Social Design, mehr Zielgruppe Frauen, wobei ich nutze es auch. Ich finde es ganz schöner. Und Home24 mehr so, ich suche ein Sofa und kriege ein Sofa. Bei Westwing wird mir vorgeschlagen, hier gibt es diese Produkte. Und dann so, ich brauche ja eigentlich nicht noch ein Kissen. Und dann kaufen die Leute das. Nexus ist ein Anbieter von Software für den Gesundheitssektor. Gefällt mir eigentlich besser als dem Compu Group Medical. Das große ist auch stärker gewachsen. Ist auch mal ein mögliches Übernahmeziel. Bluecap ist so eine typische Mittelstandsholding. Wenn man das alles zusammenbringt, vor allem mit den Mobilien, auch unterbewertet. MyHammer nutze ich auch selber. Ich bin ja auch Vermieter, wenn man irgendwie einen Handwerker braucht. Oft weiß man ja nicht, was ist jetzt so der normale Preis dafür. Und habe ich eigentlich gute Erfahrungen gemacht. A, mit einer guten Qualität. A, ich finde die Leute. Und B, ich weiß, ich werde nichts übers Ohr gehauen, weil der halt auch weiß, es gibt noch andere Angebote im Normalfall. Agfa Gewährt, die haben auch so Medizintechnikunternehmen. Die hatten auch so Medizinsoftware. Das haben sie jetzt verkauft. Und das ist ungefähr so viel wie diese Pensionsrückstellungen. Und da kriegt man dann den Rest von einem Unternehmen relativ günstig. Ist so eine Sondersituation. E-Fersistance, eine sehr spannende Aktie eigentlich. Auch eine Sondersituation, aber sehr klein. Vom Spreadtour sind es schwierig. Die haben so Software für Augenheilkunde. Und hat lange Zeit zum japanischen Unternehmen gehört. Jetzt läuft es eigentlich wieder selbstständiger. Deutsche Familienversicherung. Das ist eigentlich so das Lemonade von Deutschland. Wenn man es vermarkten möchte, sind technisch sicherlich nicht so gut. Aber zumindest verkauft man halt so kleine Versicherungen übers Internet. Ob man die jetzt braucht, ich glaube es nicht. Aber ist auf jeden Fall im Versicherungsbereich. Gibt es nicht so viel und so ein stabiles Geschäftsmodell. Auch nicht so uninteressant. Evotech, Biotech-Anbieter, auch mit einer eigenen Plattform einhell. Das kennt ihr vielleicht vom Baumarkt. Diese Schrauber. Und was da das Spannende ist, dass wir ein bisschen so ein Plattformaufbauen, dass solche Batterien, Sachen an verschiedenen Geräten funktionieren. Und dann kauft man halt alles vom einen an wieder ganz clever. Energiekontor. Die bauen Windparks, aber haben auch eigene. Und so als grüne Aktie ist es gerade ziemlich durchgestartet. Ich glaube, die Sammas stecken da auch dahinter und kaufen dazu. Das ist auch ein Grund. Und Codicera Amorim aus Portugal ist, glaube ich, der Weltmarktführer bei Kork. Kork kommt in Weinflaschen rein, aber ist auch ein sehr nachhaltiger Werkstoff, was man zum Beispiel im Bauen oder sowas verwenden kann. Vectron, ein Anbieter von Kassensystemen für Bäckereien vor allem. Und die müssen natürlich auch digitalisieren. Und das finde ich eigentlich besser, dass man zum Beispiel nicht mehr das schmutzige Bargeld annimmt, sondern es gibt so eine Box, wo man das reinwirft. Und plus ist es schneller vom Prozess. Und können auch noch Bonus-Systeme dranhängen. Kia Gehen ist so ein Analyseanbieter, hat von Corona stark profitiert. Es gab auch mal eine Übernahmesituation und dann gab es sie wieder weg. Jetzt sagt es eigentlich auch für den Sektor nicht so teuer, absolut schon. Vectech habe ich auch ein Video dazu gemacht. Das ist die Thermoflasche für Medizinprodukte. Die ganze Logistik, wenn es auf minus 70 Grad gekühlt wird, das kann vor allem Vakutec gut machen, gibt es auch ein paar andere. Und sie verkaufen ihre Produkte auch an Kühlschrankhersteller. Aber es ist eigentlich eine grüne Aktie, weil sie halt Produkte hinstellen, die Sachen, die Temperatur stabil halten können. USU-Software, ein kleiner Softwareanbieter. Auch nichts wahnsinnig Spannendes. Swissquote ist so der führende Discount-Broker in der Schweiz, wobei Discount und Schweiz natürlich nicht so wie in Deutschland ist. Aber profitieren natürlich davon, dass die Leute mehr ihr Geld selber anlegen. Das nächste wäre 2G Energy, eine Aktie, die solche B-Block-Heizkraftwerke kauft. Auch ganz interessant und eigentlich auch eine grüne Aktie. Quirin Privatbank hat auch so einen Robo-Advisor. Und das hat auch lange Zeit nicht so funktioniert mit den Beratungen. Aber jetzt langsam kommen da ganze Assets rein. TeamView habe ich auch mal eine Aktie jetzt gemacht. Also das deutsche Zoom profitiert eigentlich halt auch davon, von der Situation. Und ist eigentlich auch eine grüne Aktie, weil wenn die Leute jetzt nicht mehr für eine Geschäftsreise irgendwo hinfahren müssen oder irgendeine Maschine zu warten, dann ist das natürlich auch gut für die Umwelt. Intershop ist so ein bisschen die Vision. Es ist also eine 2000er-Aktie, dass sie ihre E-Commerce-Plattform einfach jetzt an mehr Kunden noch verkaufen können. Exasol wäre so die deutsche Snowflake. Wächst natürlich nicht so stark. Aber jetzt haben sie extra mal Geld über den Börsengang, was sie in Sales investieren können. ProCredit ist eine günstig bewertete Bank, die viel in Osteuropa aktiv ist. York ist so die Vision, dass dieser Mobile-Marktplatz größer wird. Es ist so eine Media-Advertising-Agency, aber auch mit Plattform-Gedanke. Just Eat. Ich mag ja die Food Deliveries nicht so, weil es sehr toll ist in dem Sektor, aber auch relativ günstig. Wir haben in Tierzulande, glaube ich, Lieferando. In Nieland haben sie den Anbieter und kaufen jetzt auch Grubhub. Und in England, also haben eigentlich so die etablierteren Merken. Mail-Russo, das Facebook von Russland. Vita 34, die frieren Stammzellenblut ein. Und das ist so eine monatliche Mietgebühr. Natürlich sehr, sehr stabil, egal wie man jetzt zu Stammzellenblut steht. MPH Healthcare. Die haben drei Beteiligungen. Eines ist der führende Anbieter von Schönheits-OPs, dann Immobilien-Thema noch. Und dann noch so ein Pharma-Handel. Borussia Dortmund. Da muss man nichts zu sagen. Ich glaube, ich könnte halt davon profitieren. Der Kader allein deckt die Marktqualisierung ab. Dazu hat man noch das Stadion. Und der Vorteil ist, wenn wir uns halt wieder öffnen könnten, die davon auch profitieren. Und wenn es vielleicht auch mal eine europäische Liga geben würde. Peach Property. Kleine Immobilienfirma, die eher so hässliche Entlein kauft. Sitzen in der Schweiz, sind aber vor allem in Deutschland aktiv. Stoh, auch ein Anbieter von Dämmstoffen. Auch eigentlich eine grüne Aktie. CW. Kennt ihr wahrscheinlich das Fotobuch. Jetzt hat man viel Zeit zu Hause. Ein gutes Geschenk eigentlich. Um mal Fotobücher zu machen. Und andere Geschenke. Adler Group. Gab es ja auch so eine Fusion aus Adler Properties. Das ist eigentlich die ehemalige Adler Properties. Und da wird eigentlich ein neuer, großer Immobilienkonzern geschmiedet. Play Magnus ist von dem führenden oder besten Schachspieler der Welt, die Firma. Wobei natürlich das operative andere Leute machen. Und da kann man online Schachtraining machen. Oder Schachturniere zuschauen. Und Schach boomt gerade. A, weil die Leute zu Hause sind und sich digitalisiert. Und B, weil es so eine neue Netflix-Show gibt. Damen Gambit. Wall Street Online. Das ist die Vision mit Smart Broker. Dass sie weg von diesem Portal kommen. Was jetzt nicht so toll ist. Aber Smart Broker ist für mich das beste Angebot auf dem deutschen Markt. Zum Aktienhandel ist auch der Link in der Beschreibung. Und da werden sie langfristig auch profitieren. Flow Traders. Die Gold-Aktie, wie gesagt, profitiert halt, wenn es nochmal einen Crash geben sollte. Aktuell deswegen weniger gewichtet. Bonduelle ist, glaube ich, der größte oder zumindest in Europa Anbieter von Gemüse. Dosen Gemüse, aber auch frisch. Und die Leute essen ja auch weniger Fleisch. Und sehr defensive Aktien. Normalerweise. Bonduelle ist ja schon eine Marke. Sind die Aktien in diesem Sektor relativ teuer. Bonduelle ist sehr günstig. OHB ist der führende Raumfahrtkonzern. Zumindest der unabhängige in Deutschland. Haben Familien geführt. Wir haben ja sehr viel Hightech. Havesco. Die haben zum Beispiel Jack Weindepot. Das ist aber uninteressant. Sondern sie haben viele so Online-Weinseiten. Und es ist eine Möglichkeit. Die Leute sitzen zu Hause, bestellen Wein online. Und davon profitieren sie halt. Bitcoin Group. Da habe ich auch das Video zu gemacht. War eine Spekulation. Ging auf. Habe ich auch schon Gewinne mitgenommen. ist so ein Bitcoin-Marktplatz. Wo man Bitcoins in Deutschland kaufen kann. Haben auch selber Bitcoins. Einfach um das Thema ein bisschen abzudecken. Kasatomprom. Gibt es auch Video zu. Führender Anbieter. Die beste Aktie im Uran-Sektor. Helmer Eigenheim baut. Das ist eine Spekulation. Dass die Leute halt doch ihr Häuschen haben wollen. Ein bisschen aus der Stadt rausziehen. Die sind eigentlich so ein Anbieter von Fertighäusern. Aber bauen auch selber. Zum Beispiel in der Ostsee. Das sollte eigentlich auch profitieren von der Klimaerwärmung. zum Beispiel. Villaroy & Boch. Ähnlich wie WMF. Eine schöne deutsche Marke. Und da hat man den Satz gehört. Wer es schafft, Teller und Toiletten mit der gleichen Marke zu verkaufen. Das ist schon was Besonderes. Wirklich ein altes Traditionsunternehmen. Haben auch noch Immobilien. So in Luxemburg. Ist eigentlich nicht teuer. Aber auch ein bisschen zyklisch. Weil es auch ein bisschen von der Bauindustrie abhängt. Hugo Boss. Die leiden natürlich. Aktuell. Ich habe sie relativ unten erwischt. Weil ich mir halt auch gedacht habe, die digitalisieren halt jetzt auch. Und es ist halt die einzige deutsche Modemarke von Weltrang. Die auch, wenn sie in Asien noch beliebter wird, immer ihre Berechtigung haben wird. Klar, die Leute ziehen keinen Anzug mehr so an. Wenn ich wenig auf Geschäftsreise gehe. Aber das Casual entwickelt sich vielleicht gar nicht so schlecht. United Internet. Eigentlich auch sehr günstig. Es wird gehasst. Weil sie jetzt auch anfangen, ein eigenes Netz aufzubauen. Das mögen die Telco-Analysten nicht so. Ähnlich wie Rakuten in Japan. Ich glaube aber, dass das natürlich schon relativ günstig ist. Da gibt es jetzt verschiedene Anbieter, dass man das Netz virtueller und sowas machen könnte. Und sonst haben sie auch relativ stabile Internet-Assets. Mit Affiliate, mit Yonos. Was eigentlich so stabil im Subscription-Modell läuft. Und immer auch was wert ist. PV und Teplam. Wirklich Hightech. Die bauen zum Beispiel so Kristallzuchtanlagen. Was so ganz am Anfang steht in der Halbleiterbranche. Aus diesen Kristallen kann man dann irgendwann Waiver machen und Chips. Aber man braucht halt diese Anlagen. Und das wird dort gemacht. Und für die Bedeutung eigentlich ist die Firma nicht so teuer. MBB ist eine Beteiligungsgesellschaft. Gibt es natürlich ein paar Sachen, die gut laufen. Ein paar schlechter. Ist insgesamt aber auch nicht so teuer. Verratung. Glaubt man den Zahlen oder nicht? Oder ist da irgendwas faul? Wenn die Zahlen so stimmen, ist es auf jeden Fall eine sehr günstige Fintech-Aktie. Es sind Kreditanbieter für Firmen, aber vor allem Privatpersonen. Kommen so ein bisschen aus dem Microloan-Segment. Aber haben sich jetzt schon weiterentwickelt. Was eigentlich ein höherwertiges Geschäftsmodell ist. Und wollen auch so ein N26-Mobile-Bank wieder neu rausbringen. 7c-Solarparken. 7c-Solarparken. Wirklich gut geführte Betreiber von Solarparks. So ein Belgier, der es wirklich gut macht, sind eigentlich vom ganzen Boom noch nicht so erfasst worden, weil sie ein bisschen klein sind. Boohoo ist wegen dem Skandal ziemlich runtergekommen. Ist aber eigentlich ein sehr gut geführter Modehändler online. Indem sie zum Beispiel irgendwelche Marken aufkaufen und dann mit Influencer-Marketing, die wieder groß machen, ist in den UK sehr erfolgreich und vor allem jetzt auch in den USA. Und in den USA gibt es ja eigentlich noch nicht so die Mode-E-Commerce-Aktie. Außer vielleicht Stitch-Fix, was so individuell ist. Und wenn sie das da schaffen, hat es schon ein großes Potenzial. Aurelius, um das Thema Private Equity abzudecken, notiert deutlich unter NRV. Hat sich viel schlecht entwickelt, war davor mal so ein High-Flyer. Ist sicherlich auch ein bisschen so ein Selbstbedienungsladen, aber ich glaube, das ist auch im Preis ein bisschen drin. Mal Bürger, dazu auch nochmal das Video, das Interview mit dem CEO. Schauen, was ich gemacht habe. Ist so die Hoffnung für eine Revitalisierung der Solarindustrie in Europa. Weil wir können das nicht alles aus China importieren oder es ist zumindest riskant. Deswegen glaube ich, dass es kommen wird. Ist jetzt schon aufgegangen, ein guter Teil von dieser Spekulation. Aber trotzdem auch noch eine Position dabei. Das ist mal wieder ein Beispiel von dem Q5A. Ich glaube, es war auch mal mit 4% gewichtet und wird dann langsam runtergefahren. Tobi ist ein Anbieter von Medizintechnik für Virtual Reality und Augmented Reality. Aber wird vor allem jetzt auch im Gaming mehr genutzt. Und können natürlich irgendwann mal, wenn Google Glass und Apple Glass und sowas größer wird. Die haben ja viele Patente. Und das Thema, ist das ein Pure Play, was davon profitieren würde. In der NOMIC, eigentlich auch so eine Umwelt-VC-Firma. Haben sie verschiedene Beteiligungen im Opto-Bereich, wo man so Strahlen analysiert. Lief auch ganz okay. Medion Games ist eine Gaming-Firma mit einer besonderen Strategie, dass sie keine eigenen Games entwickeln, sondern Games günstig aufkaufen, die ein bisschen verbessern und dann besser vermarkten. Was ich eigentlich ganz gut finde, weil man da nicht so dieses Hit-Risiko hat. Wird in Deutschland nicht so verstanden. In Schweden gibt es ein paar Wettbewerber, bei denen das funktioniert. Weswegen sie jetzt da auch ein Listing haben. Seitdem ist die Aktie auf Stärke angestiegen. Aber es war eine Florian-Home-Aktie, vielleicht ein bisschen Vorsicht zu sein. Aber ging auch auf seit dem Video. SML Solutions, so die Möglichkeit auf 3D-Druck in Deutschland zu setzen. Gibt es natürlich viele Firmen, aber bei den meisten ist es halt kein Pure Play oder ist nicht an der Börse. Und an 3D-Druck glaube ich langfristig schon. Weil es wird sich in immer mehr Bereichen irgendwie lohnen. Ob die jetzt da die beste Firma sind, ist schwer zu beurteilen. Aber es ist halt auch eine Möglichkeit darauf zu setzen. Und da sind zwischen auch interessante Leute neu reingegangen. Also das könnte auch eine Sonder-Story sein. Enfon, das ist so die Telefonanlage in der Cloud. Wir sind ja amerikanische Wettbewerber irgendwie 100 Mal so viel wert. Hat natürlich aktuell auch von der Situation profitiert. CGDIM, auch so ein IT-Anbieter oder Software-Anbieter für den Gesundheitssektor. CGDIM sind in Frankreich, haben sogar was mit Telemedizin in einem Segment. Wäre auch mal ein mögliches Übernahme-Ziel. Lengzing ist auch eine grüne, nachhaltige Aktie. Die machen so Öko-Fasern. Also dass das halt nicht mehr von Tieren kommt, sondern nachhaltig. Es kam extrem runter in der Krise. Und da bin ich da mal eingestiegen. Werd ich auch vielleicht mal ein Video zu machen. Frosta auch so eine nachhaltige Aktie. Ich esse es selber nicht. Ich bin hier so der Riesengemüse-Fan. Aber sie haben als Erster, das ist ja gesagt, eigentlich Gemüse, Fisch etc. gefroren. Das ist ja eigentlich gesund. Also wenn man die Sachen friert, hat er oft so ein bisschen so tiefgepützer, negativen Beigeschmack. Aber per se ist Einfrieren ja eine sehr gesunde Methode der Lebensmittelkonservierung. Und jetzt haben sie zum Beispiel auch Papierverpackungen. Also nicht mehr Plastik. Und da gibt es da viele Fans. Beneteau ist so der Weltmarktführer bei Segelbooten, wobei auch Motorboote einen großen Anteil haben. Ist natürlich die Frage, wie zyklisch der Segelmarkt sind. Haben wir auch ein Segment mit Camping, was gut läuft. Ich könnte mir vorstellen, dass die Leute halt weniger in den Trails gehen. Vielleicht ist auch mal Segelboote auch wieder ein Revival nochmal bekommen. Plus die Demografie spielt ja auch für sie. Und sie können kleinere Anbieter konsolidieren. Weil Segelboote gibt es so viele kleine Firmen. Da werden einige pleite gehen. Das sollte ihnen helfen. 3U Holding. Eigentlich in drei interessanten Bereichen tätig. Das, glaube ich, die Fantasie liegt bei der WeClap-App oder auch so ein Software-CRN-System. Aber haben auch einen Shop, wenn man ein Haus verbessern will für Handwerker. E-Commerce-Shop auch nicht schlecht. Gruppe Motio Online ist ein Dauerbrenner von bei mir. Also das Interview-Check24 von Italien. Platex Digiro hat sich auch gut entwickelt. Ist ja auch auf der Aktien-Ideen-Liste. Profitieren einfach davon, dass die Leute mehr ihr Geld selber anlegen. In Deutschland vielleicht gar nicht mehr das beste Angebot. Da haben wir ja schon andere gehört. Aber in Europa ist Digiro wirklich stark. Zum Beispiel hier in Spanien. Da gibt es nur die schlechten alten Banken und halt Digiro. Und da würde ich halt immer Digiro dann nehmen. EVN ist ein sehr günstig für der österreichischen Energieanbieter. Wo eigentlich fast die gesamte Marktkapitalisierung schon durch die Beteiligung an Verbund abgedeckt ist. Also so ein Deep-Value-Play. Okay, CTT Coreos ist die portugiesische Post, die auch noch eine Bank haben. Und ich kriege das auch hier mit. Also Portugal, Spanien ist E-Commerce wirklich 5, 6 Jahre hinten dran. Aber jetzt mit der Pandemie bestellen die Leute natürlich auch viel online und sollten davon eigentlich auch profitieren. Ökoworld. Jetzt kommen wir zu den Kernpositionen. Das ist ja ein Sektor, wo ich mich gut auskenne als E-Mega-Fondsmanager. Die sind so der Pionier bei nachhaltigen Fonds. Fonds sind auch sehr teuer. Aber es wird natürlich gut gekauft, weil die Leute denken, es geht mir nicht nur um Performance. Ich habe auch ein gutes Gefühl. Und sie sind auf jeden Fall nicht jene, die Greenwashing machen, sondern schon leben. Sind ein bisschen zu teuer, aber als Aktionär ist ganz gut und wächst auch extrem. Und ich glaube, wird durch auch einige Jahre noch so weitergehen. Und SIS Vivium ist auch ein Anbieter, ein kleiner Softwareanbieter, wo man sagen kann, vielleicht gibt es da mal eine Cloud-Transformation, das so wahrgenommen wird. Und haben da so verschiedene Risk-Management-Modelle. Da kann man sich auch mal das Video dazu angucken, was allerdings für die Meme exklusiv war. Das waren also alle meine Aktien aus dem Wikifolio Nebenwerte Europa. Das heißt, wenn ihr das kauft, kauft ihr diese Aktien mit. Sonst, wer Wikifolio noch nicht kennt, soll ich natürlich nochmal das Video Erklärung Wikifolio anschauen. Und jetzt glaube ich, jetzt wisst ihr ein bisschen mehr, was da drin ist. Und es ist vielleicht auch einfacher, so zu machen, als wenn man es selber macht. Hat auch noch steuerliche Vorteile. Genau, und aktuell, wie gesagt, fast 40% auf ein Jahr, 18% pro Jahr und fast plus 300%. Wobei, das durchschnittliche 18% pro Jahr wäre eigentlich sogar noch mehr, weil die ersten, glaube ich, zwei Jahre habe ich mit dem Wikifolio gar nichts gemacht. Das heißt, eigentlich sind wir jenseits der 20% pro Jahr. Und vor allem das beim maximalen Verlust von 20%. Da ist man beim SDAX, DAX, glaube ich, beim Doppelten. Ja, das ist wirklich so ein bisschen der heilige Gral hier gelungen. Und dass man sagt, man hat Outperformance bei niedrigem Risiko. Und deswegen, glaube ich, bin ich da auch zu Recht da oben im Ranking. Aber es gibt natürlich auch noch andere Wikifolios von mir. Es gibt jetzt sogar auch ein Dach-Wikifolio. Und es gibt auch ein Buch, kann man sich auch mal anschauen, findet ihr den Link in der Beschreibung, was ich geschrieben habe, wo alle meine Investmentmodelle, aber auch generell, warum investieren es nicht nur in Kapital, sondern auch in andere Dinge wichtig ist. Vielen Dank fürs Zuschauen für dieses lange Video. Gerne natürlich teilen. Ich glaube, du hast was gelernt. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Und wenn das Wikifolio für dich natürlich interessant wäre, findest du einen Link zum Wikifolio-Nebenwerte-Europa in der Beschreibung oder natürlich unter wikifolio.com. Ich hoffe, ganz oben im Ranking. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.